Ja, er ist das, was man eine richtige Rocklegende nennt. Ian Gillen, der Liedsänger der ehemaligen britischen Rockband, die Purple. Statt mit verzerrten Gitarren und mit bis zum Anschlag aufgerissenen Verstärkern, rockt er heute mit Stil, zusammen mit 85 Damen und Herren des Bruckner Orchesters Linz. Mit Karsamstag ist sie endlich vorbei. Die Fastenzeit schlemmen ist dann, nach 46 Tagen Abstinenz, wieder mit gutem Gewissen erlaubt. Am Ostertisch oder im beliebten Nesterl darf da der traditionelle Osterpinzen nicht fehlen. Kleine Köche haben im Stift Schlierbach die besten Osterrezepte getestet. Allerlei ums Osterei sind sie jetzt. Die Rezepte finden Sie übrigens auf unserer Homepage www.lt1.at. Vielleicht überraschen Sie ja Ihren Osterhasen damit. Ja, und nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten zwei oberösterreichische Künstleragenturen. Mit dem Ergebnis, dass ihr Repertoire doppelt so groß ist wie das der anderen. Einen Auszug daraus gab es im Linzer Casineum. Von Josi Prokopets über Taitender bis zu den Artisten von Fantasie à la carte reichte die Bandbreite ihres Könnens. Durch den Abend führte übrigens Ingrid Thurnier. Ja, selten war ein Talkgast so ehrlich wie Christine Schubert. Mit Nina Kraft plauderte die Schauspielerin über ihre ersten Erotik-Szenen, über ihr ewiges Single-Dasein und warum sie heute zu keiner einzigen VIP-Veranstaltung mehr eingeladen wird. Ja, das war's für heute im Namen von Technik und Redaktion. Ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und an dieser Stelle auch schon von mir frohe Ostern, eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.